Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du mich gefunden hast. Ich bin Martin, Gesundheitscoach und Ernährungsberater und ich zeige dir, wie du schaffst, dein Wunschgewicht nachhaltig zu erreichen und das ganz ohne Verzicht, Hungern oder irgendwelchen Diäten. Denn ich habe selber die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, letztendlich keine Gesundheit mehr zu haben und welchen großen Einfluss die eigene Ernährung und auch das Mentale auf die Gesundheit überhaupt hat. Und auch die letzten Jahre habe ich viel mit Menschen gesprochen, die abnehmen wollen und habe dabei Erschreckendes festgestellt, denn rund um das Thema Abnehmen gibt es extrem viel Verzweiflung, etliche Diätversuche, exzessive Sporteinheiten, Hungern, Verzicht, den Teufelskreislauf von Jojo-Effekten und daraus resultiert natürlich auch wenig Selbstbewusstsein, viele Selbstzweifel und extrem viele Verunsicherungen und das halt durch die ganze Informationsflut und widersprüchlichen Aussagen, die man immer wieder irgendwo aufschnappt, wo man letztendlich gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch, was bringt mich zu meinem Ziel oder was hindert mich sogar daran. Und habe dabei gemerkt, dass den meisten Menschen dabei das Grundfundament fehlt für das Thema Ernährung und Bewegung. Also letztendlich die 20%, die 80% deines Abnehmervolks ausmachen. Und weißt du was, das ist vollkommen verständlich, denn wir haben in der Schule nicht das Fach Gesundheit und Ernährung gehabt, also konnten wir es auch nicht lernen von unseren Eltern, konnten wir es letztendlich auch nicht so lernen, wie wir es letztendlich vielleicht auch bräuchten, um unser Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und genau aus dem Grund gebe ich dir hier auf meinem Kanal die Klarheit, die du benötigst, damit du weißt, worauf es letztendlich ankommt, um dein Wunschgewicht nachhaltig zu erreichen und was all das natürlich auch mit unseren Emotionen zu tun hat. Gleichzeitig möchte ich dir aber auch in den Videos immer wieder neue Impulse und auch Blickwinkel aufzeigen, denn unser Kopf ist letztendlich der größte Einflussfaktor, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Denn das Unwohlgefühl und auch Übergewicht entsteht meistens erst im Kopf und zeigt sich dann nachher am Körper. Also dass du dich selbst an deinem Körper im Spiegelbild dich unwohl fühlst, dass du dich nicht attraktiv fühlst und dass da ein paar Kilo zu viel sind, die da eigentlich doch nicht hingehören. Das Problem, aber auch die Lösung sind letztendlich wir selbst. Denn ich weiß aus meiner Erfahrung und auch aus den Erfahrungen mit meinen Kunden, dass Übergewicht immer nur ein Symptom ist. Die Ursache sind letztendlich unsere eigenen Überzeugungen und das, woran wir glauben, was resultiert aus unserer Vergangenheit. Und das ist auch der Grund, warum wir letztendlich nicht so das umsetzen, was wir letztendlich auch wollen und was wir damit erreichen wollen. Und deswegen gebe ich dir hier genau das mit. Letztendlich ein Grundgerüst und Klarheit für deine Ernährung, für deine Bewegung, sowie auch neue Impulse und auch Blickwinkel, damit du selber ans Handeln kommst und das erreichst, was du dir vorstellst und endlich dein Wunschgewicht erreichst und das auch dein Leben lang halten kannst. Was du dafür tun kannst, du kannst jetzt gerne meinen Kanal abonnieren und dann freue ich mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest, auf viele spannende Videos, viel Austausch. Und dann bedanke ich mich und wir sehen uns in den nächsten Videos. Mach's gut!